Oh, was war's denn? Ich war... Ich weiß es nicht Ich entmute mich gleich Warten, ich mach nur eben das hier So Und jetzt entmute ich mich So, jetzt hört man die anderen auch Wenn die gleich etwas reden sollten So, hier stirbt man ja eigentlich immer Ah, warte Hier sind wir zu dritt Zu dritt ist gut Hier muss ich auch nichts anderes mehr machen Deswegen geh ich direkt raus Ich hab grad einen Teenie-Torst Ich weiß nicht, warum Ah, jetzt ist er weg Sehr schön Sehr, sehr schön Ich denke, im Electric Key ist grad jemand gestorben Aber, das können wir ja noch nicht wissen Aber ich würde mal gucken Okay, da Oh, die wollen, glaub ich, eine Leiche da hinten Conny Simon, mach doch Danke, Simon So, Lukas, machst du da? Lukas? Jetzt mach da hinten endlich Das sind doch alle trash, ey Also, ich glaube, nur Lukas ist es Ist zurzeit meine Vermutung Dass links irgendwo jemand gestorben ist Ich denke das tatsächlich Weil, wieso sollte man sonst das machen, weißt du? So, wo lag Conny? Rechts Navigation ist es Lukas Nein Hast du noch was anderes zu sagen, außer nein Lukas? Ne, ich bin überwärtigt Okay Okay Überwärtigt zum Gefühl und Das ist halt gewonnen Ist zu Wer zu werden getötet Wer zu werden getötet Wer zu werden getötet Wer ist? Der Leute Ich hätte gesagt, wenn sie mich gebotet hätten, jetzt dann Ja, der tötet Lukas dann abwägen Nee, nee, also ich hätte auch gesagt, dass Lukas, das ist wegen dem Alarm Er kam von ganz links Dann dachte ich mir, okay, dann ist da jetzt wahrscheinlich ne tote Leiche links Was ist das für ein Scheiß? Tote Leiche? Na, ich zeige ich nen schwarzen Lüttchen Ja, hier ist es Ja, haben wir auch verliegen Und so in das Schlimmestart, ne? Ja, ich bin schon mal gekommen Ja, ich bin schon mal gekommen So, fehlt wieder X, nee Wer fehlt denn Conny? Conny, nee Lukas, du musst du eigentlich nur... Nein, ging eben, doch nicht Bei mir stand, leave game Und dann... Bei mir stand, leave game Und wie cool meine Pflanze immer rum und runter geht Du hast keine Pflanze, ja Bei mir hast du auch keine Pflanze Bei mir hast du auch noch keine Pflanze Alles klar, da muss ich alles Conny, ist ne Pflanze Nein, du warst super nie Jetzt hast du ne Pflanze Jetzt Immer noch keine Pflanze Doch, jetzt bleiben wir freizügig Wir sind noch 7, oder? Also ihr könnt losgehen Naja Neon Neon Plexi Stopp Ne, aber warte Why you do this Hörst Hörst du dieses Geld Das ist so ein Schmutz, alter Ha, 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 Tobi ist ein Poster Huuu Tobi So, hier mach mal schnell Plessy Wieso... Wieso bist du hier hingegangen Pfebi? Ich will nicht, also Tobi, ne? Ich will nicht, dass du mir hinterher gehst. Oh Gott, er hat Licht ausgemacht. Wir sind aber... Leon ist Imposter. Ich bin schon hier. Ach, Conny. Also, soll ich euch die Situation schildern, meine Freunde? Nee, aber Tobi war es nicht. Also, ich... Erzähl mal, was hast du denn schönes gesehen? Ich, meine Freunde, stehe im Oxygen. Mach mir gerade da meine Blättchen raus. Mach dann den Müll. Aus den Haaren? Ja. Ah. Mach dann meinen Müll. Dann geht das Licht aus. Ich dachte mir, ach, da oben waren eben zwei. Lexi und Conny. Gehst du mal nachschauen? Ich gehe hoch. Conny kommt mir entgegen. Lexi liegt auf dem Blatt. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Rotet mich von mir aus zuerst. Nein, wieso? Nein, hört drauf. Lasst mal auf, wenn du zuvor bist. Darf ich ja wohl wenigstens verteidigen, oder? Ja, verteidige dich. Ja, komm, Alter, ihr seid anbietig. Hallo, hallo, verteidige dich. Ich habe mich jetzt selber geworfen, ganz ernst. Ach, Mann. Wenn drei schon ins Leben geboten müssen, dann. Ja, da kann ich auch nicht zuhören. Ja, schön, du kannst ja auch. Aber ich weiß nicht, warum wir gerne arbeiten wollen. Ja, weil die noch Neulinge sind. Nein, wir haben jetzt Zeit. Du kannst ja wenigstens noch mal deine... Nein, so sollte ich. Guck mal, Tobi ist sogar noch gemutet. So neu ist er. Achso, ich darf wieder reden. Ich habe auch Skipp gemacht. Ja, immer bei Voting. 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 Ja, ich dachte, komm, ihr habt eh alle Conny rausgebeten, dann kann ich jemanden anders nehmen. Also, somit kann man keinen echten Druck machen, ja? Er steht da so, ne? Er steht... Ich mache mal Download im Web da beim Asteroiden abschießen, ne? Und steht da, dann geht Licht aus und ich wollte mich so dazustellen, damit wir dann zum Licht laufen können. Sticht der Typ mich ab? Ja, irgendwie musste jemanden finden. Oh Gott, da sind drei Fragezeichen. Ja, drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Also habe ich da auch Fragezeichen, ne? Ja, raus mit euch. Raus mit euch. Lukas, Lukas und Simon noch. Ich auch, ne? Ja, ja. Warum bin ich eigentlich... Digga, also heute hat das Spiel irgendwie eine Behinderung. Ja, ne? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Jedes Mal habe ich irgendwie eine andere Farbe. Da wünsche ich mir doch lieber im Mongast 2. Let's go. Ja, merke ich schon. Zeit, Zeit oder Zeit immer besser. Ah ja, merke ich, merke ich. Fühle ich, fühle ich. Oh, schon wieder cool, man. Also ne, wenn ich... Nächstes Mal bin ich, dann disconnect dich. Wie die anderen jetzt. Wie randoms. Ja, ja, ja. So, wir müssen hier in den Kackraum. Mal wieder. Und diesmal mit drei Aufgaben. Deswegen machen wir, glaube ich, als erstes das längste. Gut, da ist, glaube ich, jemand gekommen, oder? Da kommen mehrere. Oh, 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 oh. Zack. Das haben wir. Komm, komm, mach. Alter. Das dauert ja Jahre hier wieder. Oh nein. Nein. Lass mich nicht alleine, Kleiner. Lass mich nicht alleine. Och, ne. Ich hasse das hier. Okay, okay. Wir warten hier. Hier warten wir auch nochmal. Und schnell raus hier. Schnell, schnell, schnell raus da. Och, ne. Alarm, Alarm. Die Bude brennt, Leute. Die Bude brennt. Ist hier schon jemand? Ne, ne? Ne. Ja, gut. Dude. Sehr schön. Und schnell weg hier. Schnell weg. Oh nein. Die, die verfolgen mich ja. Geh weg. So. Schnell hier das machen. Von Leon habe ich ein bisschen Angst. Aber vielleicht auch nicht. Ach komm, ich gehe erstmal da hinten. Das letzte Kabelchen machen. Und gucken, ob hier Lexi oder Simon liegt. Ne, da liegt keiner. Da liegt tatsächlich niemand. Oh, schon wieder Reaktor. Ja, ja. Ich komm ja da. Ich komm nicht. Was? Der Tanker ist gerade aus Admin raus gekommen. Und hat. Hast du? Genau das gleiche, was er eben zu mir gesagt hat. Ja. Mit dem. Ne, das war Simon scheiße. Aber der Tanker ist jetzt gerade aus Admin raus gekommen und er lag ne Leiche. Äh. Warte, was? Der Tanker ist aus Admin raus gekommen. Hat Reaktor angemacht. Und ich dachte mir so, aha, da kann er vielleicht mal kurz nachgucken. Aha, da liegt deine Leiche. Also sagst du, Tanker ist es. Tanker, sag was dazu. Also ich bin gerade eben von der Cafeteria gekommen. Nachdem ich gerade eben mich gescannt habe in Medbay. Hä? Wann hast du das denn gemacht? Ja, eben gerade. Ne, ich war ja fast die ganze Zeit da. Und du bist einfach nach rechts weiter gegangen. In die Cafeteria. Du warst nicht im Medbay. Natürlich. Und selbst wenn du aus Cafeteria kamst, hättest du ja die Leiche sehen müssen. Bei die Dark Straight am Eingang. Hab ich aber nicht. Vielleicht bist du es ja gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist das... Komisch. Mach bitte den Tanker weg. Hört einmal, einmal in diesem Treibenspiel auf mich. Einmal. Sag dir sonst immer schon was und wer dann selber rausgebrotet. Aber einmal. Ich bitte euch nur, ob einmal. Sonst verlier ich die Abgrund der Zuge nochmal, wenn der andere gar nichts sagt. Das ist immer ziemlich frustrierend hier. Vertrauen wir dir mal. Ey Leon, du stichst dich einfach. Na. Ja. Ich hab's doch mal dir. Ich hab einfach... Ey, wieso hast du denn Medbay gesagt, Leon? Da war ich doch die ganze Zeit. Ja, irgendwas musst du ja versuchen. Ich dachte, du wärst irgendwo anders. Nee, ich bin nach oben gegangen und dann hab ich die Tür da unten noch beobachtet. Okay. Kann man ja zurückgehen. Fragezeichen. Oh, und zwei Fragezeichen. Conny. War ich auch? Ja, du auch, Conny. Könntet ihr die Vision ein bisschen untersetzen? Das ist ein bisschen... Von wie... Von wie...